Hallo Leute und willkommen zu einem Halloween Special. Wir zockeln Slander. The 8 Pages. Und damit beginnen wir unser Abenteuer. Unsere Aufgabe ist es, acht Seiten zu sammeln, bevor der Slanderman entfängt. Slander. The 8 Pages. Und damit geht es auch los. Collect all 8 Pages. Bei W.A.S.D. bewegen wir uns mit der Maus natürlich und mit Shift sprinten wir. Wir versuchen uns einmal hier ein wenig umzuschauen. Wir starten hier. Hier ist nichts. Außer Dunkelheit. Wir haben nur uns. Unsere Taschenlampe. Wo werden wir die erste Seite finden? Ich bin gespannt. Gehen wir doch mal hier lang. Da sieht es tatsächlich nach einer Seite aus. Gehen wir doch da mal hin. Gehen wir doch mal hin. Ich muss da eine Seite sein. Irgendwo hier. Anscheinend doch nicht. Gehen wir doch mal weiter. Da ist der Weg. Sehr gut. Hallo? Oh Gott, lass es uns weitergehen. Hm, was haben wir denn da? Ist wirklich nur Dunkelheit. Nur Dunkelheit. Grillen, Zirpen auch schon. Ist ja kein Wunder. Ist dunkel gefährlich. Was haben wir denn da? Sieht aus wie Benzin. Hier ist eine Benzinlagerstätte. Hier befindet sich bestimmt auch eine Seite. Irgendwo hier zwischen all diesen Riesenkanistern. Diesen Tanks. Dort. Da ist die erste Seite. Da. Vollaus. Die erste Seite haben wir. Jetzt würden doch schon... Der Ernst des Spiels... Denn ab jetzt verfolgt uns... Der Slenderman. Wir müssen also ganz besonders... Obacht geben. Das Licht ausmachen. Jetzt lauf mir jetzt hier das Häuschen rein. Der Schlenderman. Der Schlenderman geht nämlich auch relativ schnell leer. Soweit ich gehört habe. Der Schlenderman kommt der Schlenderman nicht in das Haus. Dort geht es raus. Dort geht es raus. Da war auch schon. Oh mein Gott. Schnell. In Richtung schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Los, dich umdrehen. Einfach weiterlaufen. Die Schle.'" Die schlendermanin. In Richtung sieht es nicht so gut. Oh mein Gott. Schwinde. Hau ab. Schnell. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach zu meine Gott. Schnell. in den Wald rein. Schnell, 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 schnell. Komm ich hier durch. Komm ich hier durch. Ja, ich komm hier durch. Schnell. Oh Gott. Verschwinde. Der Angstschweiß läuft mir schon den Rücken hier runter. Hier ist der Weg. Oh Gott. Lauf nochmal in die Richtung. Schnell. Lauf. Lauf. Oh mein Gott. Das ist so spannend. Eine Weggabelung. Links oder rechts? Hier, ich gehe mal nach hier. Hier. Das ist diese Baumgruppe. Das scheint auch nichts zu sein. Hier haben wir schon den Zaun. Mist. Oh mein Gott. Heilige Mutter. Lauf. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Da war ich gerade. Heilige Scheiße. Ja, ist egal. Lauf einfach. Oh mein Gott. Lauf. Ruhig dich wieder. Ruhig dich wieder. Zum Weg hin, schnell. Scheiße. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das ist so Typ. Scheiße. Nicht umdrehen. Bloß nicht umdrehen. Aber ich... Das verlange ist immer groß. Karnatze hinter uns, dann steht. Heilige Schöße, Rossa. Wie ist das so neblig und so dunkel? Was haben wir hier? Wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind die Kanister. Laufen wir hier lang. Oh mein Gott, ist das spannend. Heilige Mutter. Lauf, 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 lauf. Wäre der Nebel nicht und es wäre heller, dann wäre alles viel besser. Alles wäre viel besser. Oh, wo sind die anderen Seiten? Zwei haben wir schon. Lauf. Das ist direkt hinter uns. Ich könnte nur seinen Atem in meinem Nacken spüren. Oh mein Gott. Hier waren wir noch nicht. Hier ist ein... Was ist das? Ein Art Haus? Oder eine Wand? Eine Wand, das ist eine Wand. Eine Wand, die einfach nur rumsteht. Aber da ist schon nur eine Seite dran. Vorsicht. Ist hier was? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Langsam umdrehen. Ist auch nichts. Scheiße. Da. Da. Da ist die Seite. Da, 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 da. Was sind das für Zeichen? Das ist der... Das ist der Slenderman. Oh mein Gott. Oh. Oh mein fucking Gott. Heilige Scheiße. Wir haben drei von Nachtseiten gefangen. Gesammelt. Oh mein goodness. Damit bin ich auch das Halloween-Special für diese Nacht. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Nacht. Sammelt ganz viele Süßigkeiten und verkleidet euch schön, damit ihr die Geister verkleidet... Äh... Versch... Damit ihr die Geister vertreibt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Video. Von eurem... Pansche P. Hahaha.